Der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Von Fans für Fans. Der offizielle hat die Wahl für zwei, drei Stunden. Und so ist das Ding nochmal. Den zweiten Versuch wagen. Die Kreiswahl hat relativ schnell aus der Rolle rausgelaufen. Jetzt kommt der Wahl. Aber was ein Strahlen hat! Die Wahl ist toll. Die Führungsregelung sind jetzt in der Auslauf. Da ist jetzt jemand mit und ohne Rad. Da hat sich das Holz ja einfach mal an Sieg. Da sag ich mal, eine Herzfassung. Einfach mal an Sieg. Aufgrund dessen haben wir niemals gesponsoren. Weil es eine, den FFZ-Koment hat. Boah! Das ist ein Freundschaftsspiel. Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgarter. Da freuen wir uns natürlich auch drauf. Und... Der Ball ist frei. Der Ball ist frei. Der Ball ist frei. Er läuft frei. Und... Der Ball ist frei. Und wir wollen ja ein wunderbaren Puls. Das ist ein Jörer Norden.